Hallo und herzlich willkommen bei der Neue Runde der Vision. Heute haben wir einen neuen Gast. Wie heißt er? Odin Darkblade. Nein, das ist ein guter Name. Also auch Thomas heißt er. Das habe ich mitgekriegt. Mini-Man ist auch wieder dabei. Hallo, Servus. Deathstroke dürfte verhindert sein, der Markus. Keine Ahnung. Er hat sich nicht gemeldet. Er hat gewusst, dass heute eine Aufnahme der Mini ist. Aber ja, Pech gehabt. Gehen wir es an. Wir haben schon eine Mission markiert. Los. Gehen wir es los, oder? Die Reaktion da. Voll. Ey, ich habe 514 Schuss einmal mit. Borg. Bleiben Sie cool. Ich habe nichts gegen Sie. Ja, nichts Wirksames. Heute nehmen wir natürlich ein bisschen mehr auf. Heute ist Sonntag. Der 20. Heute. Und heute haben wir alle ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen. Dann haben wir Zeit in Juli und Schüler. Anarm. Empfange JTF Funksprüche. Beschuss durch leichte Wassen. Unter Beschuss. Sündere haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte kommt. Signalverfolgung. Analysewellen. Signale Koordinaten oben. Also, ich habe gerade Vollort gespielt und jetzt Vollort und das vergleichen ist irgendwie... Irgendwie rennt das jetzt noch nicht so ganz mit der Steuerung. Ich habe zuerst mit den anderen Waffen gespielt. Die Waffen verzieht ihr voll. Das ist so schlimm. Ja, wenn es immer etwas anderes gespielt wird vorher, dann... Na bitte. Ey, da ist ja gar nichts zum Looten. Jetzt müssen wir mal mit dem Typen sprechen. Jetzt müssen wir verbatigen. Müssen wir. Ja, das Waffenverziehen ist echt extrem mit den Spielen. Super. Jetzt ist schon wieder mal ein Bug. Ich stehe da und komme da nicht raus. Ja, ein paar Bugs gibt es in dem Spiel. Ja, ein paar Bugs gibt es in dem Spiel. Oh Gott, nein. Aber wir sind immer froh, dass wir nicht auf dem PC spielen, weil am PC ist verpackt, äh, schicken, das kann doch auch ein schicken oder? Das ist aus, hier unerwünscht. Das war auch super Ja Und das Cheaten ist natürlich auch eine Person im Tisch Er kommt vor Kein Feuer Okay, kommt nicht vor Mal später So, was machen wir jetzt? Ja, neben mir, sondern noch Da ist gleich daneben das nächste Da ist gleich das nächste daneben Wenn der Motiersdrecher gemacht hat Der Fosi ist so spartig, bin nur zu drüber Happy Boys Das ist unsere Chance Oh 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 Ich wieder was zum Looten, ne? Ja, genau. Ok. Da steht jetzt voll der Tier, dass ich mir nicht reinkomme. Eine schöne Waffe. Jetzt kriegt jeder was anderes, oder? Ja, ja, das ist Zufallsprinzip. Handschuhe! Ich habe eine Waffe bekommen. Na, Handschuhe sind auch wichtig als Waffe. Er braucht Waffen. Ja, wer braucht das schon? So, unter uns ist gleich ein Nebeneinsatz. Die können wir auch machen. Die können auch nicht so weit hatschen. Der Ton ist zwölkt durch die Gegend. Schau, wenn du das sehen könntest. Du gehst nicht, du gleitest. Ach so? Schau. Dann haben wir wieder gute Internetverbindung. Ja, du gehst... Du gleitest durch die Gegend. Dann wäre ich an der Frage der Zeit wieder, wenn sie das Internet abbricht oder so. Keine Ahnung. Wo ist der heilige Scheiße? Ja, du gehst durch die Gegend. Ja, wie geht der Luhe langer Weg? Ja, hei. Was auch immer. Nein, da waren nur ein paar Keks zum... Ach so. ...zum umbringen. Ja. Du gehst jeden richtigen Weg sicher. Ja, das schon. Okay, das sind Zivilisten. Ja. Ach so, da rauf muss ich. Wie komme ich da rauf? Ach so. Nicht schlecht. Ein bisschen klettert über den LKW. He he. Nein. Weil er uns gesagt hat, kämen wir uns jetzt raus. Und jetzt? Na bitte. Ich habe schon wieder keine Munition. Das ist mein größtes... Das schaffen wir schon noch. Ja, das größte Problem mit dem Spiel. Munitionen. Das mag ich auch niemand. Zwei Missionen musst du wieder neu... Jetzt bekommst du schon wieder Munition. Ja, aber hier gibt es sicher Auffülldinger. Die Frage ist halt noch wo? In diesen kleinen... In diesen kleinen Missionen selten. Das ist der Balkon, oder was? Na ja, schaut so aus. Ach so, da drüben ist das okay. Ja, ich will ja sterben. Ihr seid sicher. Ja, ich will ja sterben. Da kommt er auch. Da kommt er auch. Oh, oh. Und sieh mal einer an, das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ah, ich wünsche Benni wäre auch so geschickt. Hey, mein Blaupaus habe ich auch bekommen. Ja, eine Waffe. Schauen wir gleich mal, ob ich was kann. Ach so, warte mal kurz. Da muss ich da lang gehen. Ich will da. Na, fest aus meiner ist sie nicht. Ich finde ja cool. Ich kriege Handschuhe. Aber die sind schlechter als meine. Ach so. Ich will da viel zum verkaufen. Ich will da viel zum verkaufen. Finiato. Na gut. So. Wir kommen da wieder runter. So, ich will da raufkommen. Mal sehen. So. Schätze ich einmal. Aber das mit den reinklettern und raufklettern ist immer mit blauen Tuchen. Ich habe mich nicht markiert bis jetzt. Habe ich so festgestellt. Mhm. Das ist schon Level 7. Schummler. Geht's hier in Saure, ich bin schon wieder besorgt. Ich habe mir da noch immer den Blick für die Fallout. Der war gar so eine Art Werkbank. Ja. Hehehe. Gehen wir denn da hin? Du hast es da auch. Auf die Art. So. Wo ist das nächste? So. Oh, da ist ein Safehouse. Gehen wir da schon hin? Mach, geh mal ins Safehouse. Der Safehouse befindet sich eh nicht schlecht. Jupp. Ja genau. Da haben wir nicht weit hin. Das ist gut. Meine Mutter hat ja wohl gar nichts mehr. Das habe ich vorhin gemacht. Wie ich allein gespielt habe, Thomas. Die ganze Safehäuser freigeschalten. Die habe ich noch nicht gehabt. Das ist ja auch ein Trophäe. Zumindest da, wo ich schon mal war. Ja. Und wenn man alle hat, vielleicht. Aber ja, alle ist ein Trophäe, habe ich schon geschaut. Ja, da kriegt man einen Trophäe. Ja. Da geht's schon. Ich sehe auch etwas. Ich traume dich ja noch nicht überall hin. Ich bin erst Stufe 23 bis da. Da kannst du eh schon überall hin. Ich bin da schon fast voll aufgelevelt. Hey, Hundi. Ich habe Stufe 7 erreicht, weil ich da durchgegangen bin. Wo ich noch nicht war. Nein, mir fehlt noch ein bisschen was. Alles wird gut. Wir schaffen das. Ich weiß nicht. 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 Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ja, da können wir. Ach so. Ist das Lager jetzt so, dass ich hier irgendwas im Lager reinlege und ihn sehe, was bekomme, oder ist das anders? Ja, genau. Nein, 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 nein. Das ist dann überall. Zum einen schock sich und zum anderen es ist die Hölle für Allergiker. Das ist so, ich weiß nicht. 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 Aber gibt es ja auch irgendwo Waffen zum Auffüllen? Gibt es ja auch. Aber da sind nicht die Einzigen daraus. Aber da. Da. Auffüllen. Da haben wir noch einmal von etwas namens National Security Presidential Directive 51 gehört? Nee, habt ihr nicht? Hammer aufgefüllt. Hey, da sind andere Leute online auch dabei, gell? Ja. Das ist so die anderen wir online sind auch, ja? Die besten Preise in New York. Sesselpuxer. Ich habe tolle Angebote für Sie. Ja, die kann ich alle verkaufen eigentlich. Verkaufen, verkaufen. Oder zerlegen. Achso, bitte. Ja. Ich habe es ja blöd gemacht. Zerlegen mache ich dann auch noch. Aber ich tue mir verkaufen. Geld ist ja mal so eine Sache, die man braucht. Aber ich habe mir gekauft statt verkauft. Das hat mein Bruder mal gemacht. Der hat 70.000 oder so gehabt und wollte seine Sachen verkaufen und hat immer draufgelegt. Und hat immer wieder draufgelegt und immer wieder draufgelegt, weil jemand glaubt, der verkauft das. Weil ich kauf das und dann hat er kein Geld mehr gehabt. So, gibt es da irgendwo... Wieso, dann haben wir die schon angenommen da? Die von Haus? Ja. Ja, ja. Ich habe sie angenommen, ja. Da kann ich es nicht annehmen. Okay, dann hat es sich schon automatisch. Das finde ich aber nicht so schlecht. Das ist automatisch. Aber ich glaube, CVs müssen wir befreien. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. So, in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, sollten wir nicht bleiben, weil das immer noch ein bisschen zu schwach wird. Gebeter. Wir sind erst sieben und das ist neun bis zwölf. Oh, mein Gott. Das wird sich ja letztens auch aufgeregt mit der, mit der anderen Mission, die wir gemacht haben. Ist ja auch auf Stufe fünf gegangen, wo es sechs empfohlen ist. Haben wir eigentlich nicht mehr Schwierigkeiten gehabt. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ja. Bisschen wir da jetzt drehen, oder was? Bleiben wir einfach freundlich. Ja, bleib. Wenn du auf den linken Stick draufdrückst, dann rutscht da die Leute da runter. Okay. Das hat mir auch zu Thomas. Gibt's auch nicht selber rausgekommen. Ja, das gibt ja auch ein paar Sachen, wenn wir mich da rausgekommen haben. Das ist ja eh das Spiel ja nicht so. Wobei runterrutschen ist ja nicht so eine Schnelligkeit. Was machst du da? Ja, ich gehe eh schon runter. Was? Nachladen! Eh klar. Immer im richtigen Moment, oder? Ja. Immer wenn du gerade in den Schuss drinnen bist, dann auch. Du musst mehr da unten warten, oder? Ja, da müssen wir weiter. Jetzt die Tür zum Aufmachen. Nein.